Yo, mein Lieben, zum Schabbau und dem Talon und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Und ja, Leute, wir spielen original Ender Games Und Leute, ich weiß, es ist schon echt lang her, dass ich das letzte Mal Ender Games gespielt habe Aber Skybox hat sich einfach in letzter Zeit so hart gebockt Aber jetzt ist mal wieder richtig viel Zeit für Ender Games Ich hatte da unheimlich Bock drauf und Leute, natürlich habe ich wieder ein nices Kit für euch am Start Wir spielen heute mit dem Sonic Kit, Leute Und die Fähigkeiten des Sonic Kits sind, er wird beim Sprinten immer schneller Er hat leider keine Ausrüstung, Leute Aber natürlich habe ich das Kit im Vorfeld schon irgendwann mal gespielt Und man wird einfach immer schneller und schneller und schneller beim Sprinten Solange man nicht unterbrochen wird Ist eigentlich ganz nice, oder? Ey, Leute, das letzte Mal Ender Games ist einfach so lang her Oh, schwierig Oh, Leute, da hinten ist einer, vielleicht kann man den mal überraschen Yo, also irgendwie lief die ganze Sache jetzt nicht so prickelnd Jo, da haben sie recht Muss ich hier auch ganz ehrlich mal zugeben Der Typ, der Typ chillt jetzt gar nicht Ja, Leute Alles wie gehabt Boom Leute, da vorne ist unser erster Gegner Ich bin ready Der lebt Alter Als ob das fast knapp geworden wäre Nice Um ehrlich zu sein, Leute Hatte ich echt eine lange Zeit Hatte ich Ender Games für mich nicht so gebockt Aufgrund der ganzen vielen Schwitzer Aber gerade fühle ich es richtig Und Leute, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir Jump Boost haben What the heck Leute, da hinten ist jemand Muss hier durchs Gebüsch vordringen Um den Typen zu finden Alter Leute, was ist denn hier los? Ey Leute, wir sind echt gut gerade in Quill Also ich glaube, ich habe echt gutes Gefühl für diese Runde, Leute Also es läuft Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger Ender Games, Comeback des Jahres Leute, der Typ hat Feuerpfeile Was geht denn bei dem? Juh Zack Leute Ich glaube, der kennt unser Kind nicht Oh fuck 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 Also Leute Wir sind jetzt in der neuen Runde Die Schutzzeit ist fast vorbei Und ich sehe hier überall Leute Und ich habe noch gar nichts Aber ich habe so ein Gefühl Dass wir gleich umgebracht werden Ja Gelungenes Comeback, oder? Leute, ich würde dann auch mal sagen Es soll zum Video gewesen sein Wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mit einer Bewertung Keine Sorge Leute Es wird in Zukunft auch wieder öfter Ende gehen Es ein anderes Tag geben Ich werde jetzt auch mal wieder ein bisschen Mehr Abwechslung in die ganze Sache reinbringen Leute Ein bisschen zu viel Skywars Es ist euch auch zu viel Deswegen bringe ich mal Den ganzen Abwechslung und Stuff Alles auf einmal Und dann würde ich einfach sagen Wenn euch das Video gefallen hat Dann zeig es mit einer Bewertung Hier findet ihr die anderen Videos Und dann Haut rein Macht's gut Und Aufstab, Baby